Hallo liebe Freunde, hier ist der Frank Schuh von Elliot Waver Live mit den wöchentlichen Analysen zum Sonntag. In diesem Video erfahrt ihr alles Wissenswerte über den Hang Seng Index, über den Eurostoxx 50, sowie über den US-Dollar in Parität zum japanischen Yen. Und los geht's. Wir fangen an mit dem Hang Seng Index, das alles geht recht zügig hier vonstatten. Wochenchart, wir haben hier die große Welle 2 im Superzyklus unten beendet, das war im November, hier unten bei 14.588. Wir sind auf dem Weg in eine große Welle 3. Das was wir hier sehen ist die Welle 1 dieser Welle 3. Und diese Welle 1 besteht aus dieser Fünferbewegung, von der wir die 1 beendet haben. Die 2 ist noch nicht beendet, die zeige ich euch gleich. Dann kommt eine Welle 3 in den Bereich 308, eine Welle 4, eine Welle 5, die die 1 fertig macht. Tagesschart. Hier ist unsere Welle 2. Das sind die möglichen Retracements, die ihr hier seht. Und innerhalb der Welle 2 haben wir die Welle ABC. Und dort sind wir in der Welle B unterwegs. Die Welle B besteht auch aus einer ABC. So, wir sind aber noch unten in dieser kleinen Welle B und dann geht's hoch in die Welle C. Und dann anschließend, wenn dann diese B fertig ist, geht's runter in die 2, in den Bereich zwischen 18.640 und 15.504, je nachdem, wo der Markt hier zum Stillstand kommt. Im 4-Stunden-Chart sieht das wie folgt aus. Das ist die Welle B, in der wir gerade stecken. Das sind die Zielbereiche, die ich definiert habe hier. Die könnt ihr euch hier angucken, zwischen 19.050 und 18.340. Bevor es dann wieder hoch geht, über diese 5er Welle hier, über diese Treppe oben, wo wir dann diese B machen. Und das sind dann entsprechend die Retracements dieser Welle B hier. Ich denke mal, das kann weg. So kann das aussehen. Und dann geht's runter in die Welle 2. Das war's jetzt zum Hang Seng Index. Weiter geht's mit dem Eurostox 50. Wochenschart Eurostox 50. Da haben wir hier unten eine Welle 2 hier im Kreis beendet. Wir sind auf dem Weg hier oben, in Richtung dieser Welle 3, bei 6480 circa. Wird gebildet durch diese 5er Bewegung, die wir hier sehen können. Und hier haben wir die Welle 1. Und die ist fast fertig, noch nicht ganz. Und dann geht's nochmal runter. Und das schauen wir uns jetzt im Tagesschart an. Da sehen wir hier schon etwa die 1 im Bereich 4.500. Und dann runter in die 2 hier die Retracements dieser Welle 2. Ich hab's ans obere Ende gesetzt, weil ich hier mit einem konservativen Rücklauf rechne. Das kann aber selbstverständlich bis hier unten gehen. Also zwischen 3.860 und 3.370 ist da alles möglich. Und das ist die ABC dorthin. Und jetzt wollen wir uns noch anschauen hier diesen Bereich der Welle 1. Da haben wir es hier. Wir kommen von dieser 4 und sind in dieser 5. Innerhalb dieser 5 haben wir hier die 1, 2, 3, 4, 5. Da sind wir also auch in der Welle 5. Und da haben wir noch ein Stückchen. Hier bis in die grüne Zone rein. Dort könnte die 1 zu Ende gehen. Bitte bedenkt dabei. Die kann unterschiedliche Ausdehnungen haben. Ich geh noch kurz in den Stullenschart. Dann können wir nochmal ein kleines bisschen genauer drauf gucken. Hier hatte ich erst letzte Woche einen Trade angezeichnet. Mit einem Stopp hier unten. Auf dem Tief. Ein Einstieg hier. Da standen wir. Ja und nun. Ja. Das Ziel war hier oben. Das können wir jetzt aber nochmal erweitern. Dieses Ziel ein bisschen. Bis hier circa. Aber nichtsdestotrotz. Wir können den Trade auch weg machen. Weil der ist schon mitten dabei aufzugehen. Denn es bringt ja nichts hinstehen zu lassen. Außer wenn wir später sehen wollen, ob der noch weiter funktioniert hat. Aber das hat er ja sowieso. Also mache ich ihn einfach weg. Denn einsteigen bringt da jetzt eigentlich auch nichts mehr. So. Also. So viel zum Eurostox 50. Das ist die aktuelle Bewegung, die wir gerade machen. Die 3 bald zu Ende. Dann kommt die 4. Und dann die 5. Jetzt noch. US-Dollar, japanischer Yen. Hier in diesem Chart. Da habe ich Veränderungen vorgenommen. Ich müsste jetzt genau überlegen, welche das waren. Auf jeden Fall. Ich komme jetzt nicht mehr ganz drauf. Aber ich müsste es vergleichen. Auf jeden Fall. Hier habe ich in meiner Zählweise Änderungen vorgenommen. Weil der höher gelaufen war. Das sehen wir uns gleich an. Wir gucken uns das erst mal im Wochenchart an. Übergeordnet hat sich gar nichts verändert. Das hier ist alles gleich geblieben. So weit, so gut. Hier haben wir die Welle 3 gemacht. Hier die Welle 4. Die kommt natürlich erst auch. Wir sind erst in der Welle 4 drin. Und dann geht es irgendwann hoch in die Welle 5. Die Welle 4 besteht aus dieser ABC. Und innerhalb dieser ABC, da schauen wir uns jetzt ein bisschen um. Und hier habe ich irgendwo eine Änderung gemacht. Und wie gesagt, ganz ehrlich, ich bin noch angeschlagen vom Vatertag. Ich bin übernächtigt und so weiter. Und ich muss jetzt wirklich ganz scharf nachdenken, was es war. Da ich aber jetzt gerade nicht drauf komme, sei es drum. Wichtig ist, dass ich hier irgendwo, hier war mir das irgendwo ausgerissen, das Ganze. Kann auch sein, dass ich die B hier schon fertig angezeichnet hatte. Hier irgendwo, dass sie hier war, wo die 1 ist. Das kann auch gut sein. Ja, wer es genau wissen will, der guckt einfach nochmal in das Video von letzter Woche rein. Dann könnt ihr die Unterschiede genau sehen. Denn ich glaube, ich kriege das heute nicht mehr hin, das aufzulösen. Tut mir furchtbar leid. Passiert manchmal, wenn man so ein bisschen strange gefeiert hat. Dann passieren solche Sachen. Also, wir sind jetzt jedenfalls dabei, diese Welle B fertig zu machen hier. Und dann geht es anschließend hier, wenn wir die circa 140 erreichen. Die kann unterschiedliche Werte haben, diese B. Da mache ich euch mal eben kurz was dran. Der ist fertig. So, hier in diese Bereiche kann der laufen. Und wenn die B dann fertig ist, dann geht es innerhalb dieser Bildverwaltung runter. Wir machen dann die Welle 4 fertig hier unten in diesem Bereich. Das Ganze, das ist ein Leading-Diagonal. Aus diesem Grunde kommt die 4 halt prozentual in den 61er-Bereich vermutlich hier unten. Ich gehe nochmal kurz in den 4-Stunden-Chart erstmal. Dann sehen wir nochmal den Weg zu der Welle B. Hier sehen wir es. Und da haben wir dann hier innerhalb der Welle B diese 5er-Bewegung. Hier die Welle 1. Die Welle 2. Wir sind in der Welle 3. Dann folgt die Welle 4. Die kann ein bisschen weiter gehen noch so. Und dann die Welle 5. Soviel zum US-Dale-Japanische Yen. Damit ist auch dieses Video jetzt erledigt. Hang Seng, Eurostox 50 und US-Dale-Japanische Yen. Danke fürs Zuschauen. Der Frank Schuh von Elliot Weber live.